Moin Leute, Willkommen zu Overwatch auf meinem Kanal und, ja, wer Overwatch nicht kennt, der sollte mal einfach im Internet danach suchen. Ist ein echt geiles Game, hab ich mir vor kurzem gekauft und, ja, ich denke, wir sehen uns gleich ingame. Bis gleich! Voskaya Industries Known und ich würde gleich mal anfangen mit D.Va, einfach weil ich sie am meisten zocke. Und sie ein cooler Charakter ist und einfach der geilste Mac ist, den ich je gesehen habe. Selbstzerstörung, ich meine jetzt, what the fuck? Das ist geil. Naja, zumindest, ja, haben wir jetzt uns einen Charakter hier ausgewählt, einen Helden. Und jetzt versuchen wir einfach mal zu gucken, was wir hier machen müssen. Ich glaube, Punkt einnehmen war das. Das war eine Punkt einnehmen-Map, soweit ich weiß. Ich auch. Ihr seht ja schon, einer Meinung. Kann gar nicht besser sein, Spielcharakter und Spieler sind einer Meinung. Sowas gibt es so selten. Zumindest Minecraft denke ich das nie. Ah, wir können ja... Wir müssen das beschützen, was sie aufgebaut haben. Hallo alle! Das ist auch geil, wie die... In 30 Sekunden erwartet. Träumchen dreht, ist nicht gerade meine Stärke. Boah, meine auch nicht. Ich will einfach nur diese Sprüche von den Charakteren, nur cool. Besonders auf Deutsch irgendwie, weil... Nein. Nein. Ich will schießen. Ich will schießen. Ich will schießen. Ich will... Ich weiß übrigens, ich muss im Nahkampf gehen mit dem, aber... Mit ihr, aber... Was soll's. Komm. Nein. Verdammt. Verdammt, verdammt, verdammt. Ich lose. Ich lose. Ich lose. Danke. Digger. Oh. Verdammt. Schwertkunst. Schnell. Okay, gut. Jetzt. Du haust mir nicht ab. Komm. Willst du mich verarschen? Na gut. Ich hau doch lieber auf. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Verdammt. Nein. Verdammt. Du bist da reingeschaltet. Japp, japp. Wer übrigens die Backstory von Overwatch nicht kennt, sollte im Internet mal nachgucken danach. Ist eine wirklich coole Backstory. Sehr fantasiereich. Voll. Reich. Keine Ahnung. Fantasiereich, fantasievoll. Ich weiß nicht, wie man das sagt. Na. Willst du mich verarschen? Als ob. Da ist mein Mech. Ah. Nein. Fuck. Nein. Alter, wo ist mein Team? Verdammt. Wie auf dem, ja. Es ist okay, zu winnen. Japp, japp. Scheiße, Punkt A wird eingenommen. Komm. Übrigens, ich wollte euch mal fragen, wollt ihr vielleicht auch Gameplay ohne Commentary? Das wäre nämlich auch möglich, außerhalb der Kampagne eben mal ohne irgendwas gelabern. Oder mit Kampagnen. Ich kann ja auch mal eine Kampagne zocken, ohne was zu labern. Aber das Problem ist, bestimmte Kampagnen kann ich nicht zocken, ohne was zu labern. Denn das wäre nach einer Weile langweilig, weil die Musik ist geschützt. Und ich habe keine Lust, einen Strike zu bekommen. Alter. Zum Beispiel, hier ist ja genügend Action. Hier ist ja genügend Action drin, also insofern. Aber das Problem ist, in bestimmten Games ist keine Musik drin. Also ist Musik drin, aber sie ist geschützt. Fuck. Komm. Töt ihn wenigstens. Alter. Verdammt. Hat er mich noch bekommen? Ach, Mann. Ihr könnt mir ja auch mal in die Kommentare schreiben, was ihr so genial an Overwatch findet. Denn ich finde es ein richtig geiles Spiel. Ich sage seiner irgendwann mal auch, warum ich das so cool finde. Aber jetzt erstmal nicht. Aber ich finde es richtig cool. Und ihr könnt mir ja reinschreiben, falls ihr Overwatch zockt, warum ihr es cool findet. Denn es ist zumindest eine Erwähnung wert. Der Klageno, das sage ich auch manchmal. Wenn ich jemanden töten will. In der Spiel. Komm. Krass. Aber wie gesagt, ihr könnt gerne mal schreiben, wenn ihr Aufnahmen habt, wo mal kein Kommentar von mir drin ist. Denn es ist manchmal sehr nervig. Sondern nur, wirklich nur, das Spiel an sich ist. Mit den Geräuschen des Spiels. Und nicht mehr, nicht weniger. Nein, 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 nein. Fuck. Oh, das war knapp. Alter. Was? Was? Verdammt. Verdammt. Komm, haltet ihr den Punkt. Soldier 76. Komm. Mach irgendwas. Verdammt. 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 Genau. Genau. Komm. Ja, schön. Ist da schon jemand drin? Ach, da ist hier schon jemand drin. Fuck. Mann. Ich hatte den gerade erst doll. Danke. Nein. Ach, verdammt. Er hat uns da noch reinbekommen. Mann. Oh. Oh. Vierfach Kill. Also das ist schon überpowered, wenn man mit denen richtig umgehen kann. Also wenn man mit denen richtig gut schießt. Komm, Punkt verteidigen. Den lassen wir jetzt nicht so schnell einnehmen. Hm. Wo? Ach, von hinten. Alter. Ich lebe den Geruch von Impulsmonition am Morgen. Verdammt. Von wo? Was? Von da hinten. Den habe ich hier überhaupt nicht gesehen. Ja. Das ist sogar bei uns. Bei uns hat es geschnallt. Ich bräuchte mal Heilung. Komm, Heilung. Eigentlich. Los geht das Spiel. Nervt das. Die Stunde hat geschnallt. Verdammt. Wir haben es nicht geschafft. Nein. Nett. Die Stunde hat geschnallt. Die Stunde hat geschnallt. Das war ein guter Kill. Okay. Was war der hier? Der war cool. Verbindlichen Dank. Bitteschön. Ah. So. Ich bin erst Level 10. Ich weiß. Aber. Was soll's. Come on. Lade. 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 Okay. Wen nehmen wir? Ach, nehmen wir den mal. Ich hab' mir noch nie mit ihm gespielt, aber interessiert keinen. Ich muss mal alle Helden mal durchspielen, insofern also. Ja. Stimmt, das war der Typ, der, ähm, Musik zu seiner Leidenschaft, zu seinem Job gemacht hat. Mhm. Na komm. Spiel. 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 Lucio. Wir machen das. Spiel. Ah. Hm. Interessant. Ah, das ist hier der Skin von dem Alten. Oh Gott, Sanji? War das Sanji? Äh, nicht Sanji. Alter, was. Alter, dieses, dieses Gerät ist aber so zu geil. Okay, das ist, scheint, relativ starke Waffe zu sein. Oh ja. 3, 2, 1, 1, 1, beginnt zu. Begeben Sie Ziel und A1. Ob sichere Evolutions-Map, wie's aussieht. Fuck. Nein. Ach, komm. Verdammt. Er hat mich mit runtergerissen. Warum? Ich bin da... Ich bin genau davor gesprungen. Auf dem Ziel steht mein Name drauf. Ah. Jetzt hier nicht zickig werden die, wa? Ja. Das ist ne geile Waffe. Erinnert mich ein bisschen hier an, hier, ähm... Na? Wie heißt denn das Spiel nochmal? Saints Row. Saints Row, den Ghetto Blaster. Wie heißt denn das Ding? Verdammt. Nicht verdammt, aber... Ich... ...wür's wieder mal nicht realisieren. Und er hat gute Beats drauf. Nein. Nein. Komm! Verdammt! Das Ding ist aber auch riesig. Also das Ding ist richtig scheiße. Gefährlich. Diese Waffe ist aber so geil. Es ist genauso geil wie der Mech. Richtig geil. Ah ja, stimmt. Umschalten. Verdammt! 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 Ach man! Eigentlich habe ich schon Schaden gemacht, glaube ich. Oder auch irgendwie nicht. Keine Ahnung. Aber wie gesagt, das ist eine Überlegung wert hier, dass ich mal Gameplay erstelle, wo man nicht reinlabert, weil es auch manchmal sehr entspannt sein kann. Einfach mal zuzugucken. Nun zu gucken. Never! 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 Komm, bleib stehen, Alter. Es ist schwer, mit dem überhaupt jemanden zu retten. Komm! Verdammt! Oh man! Ich habe bis jetzt noch kein Screenshot gemacht. Oh, oh. Komm, komm, komm. Ja, ich weiß. Irgendwo hinter mir. Auch geiler Spruch einfach. Kann ich aber so richtig gar nicht glauben. Besser als jeder Energy Drink kann gar nicht sein. Alter, verdammt. Energy Drinks sind die besten. Nein! Ich will hier hoch. Oh, fuck. Fuck! Das kommt davon, wenn man mit einem Charakter nicht spielt. Und dann, was machen wir? Okay. Komm, schneller! Frag mich jetzt wirklich, was Q bedeutet. Aber... Aber... Okay, everybody. Das war gut katapultiert, muss ich sagen. Verdammt. Ich wollte Reaper helfen. Nein! Wir haben es nicht geschafft, Reaper zu helfen. Schade. So, jetzt können wir aber nochmal... Schönen Screenshot. Ich weiß gar nicht, wie gut jetzt mein Bild ist, weil das Problem... Ich habe noch nicht auf Episch gestellt, weil ich es vermutlich nicht schaffen würde. Mein PC ist nämlich nicht der beste, muss ich sagen. Reinhard! Du auch hier, der alte Socke? Verdammt. Die gehört mir, aber ihr sagt nicht ruhig mit Leiner. Naja, genau. Nein! Stammt! Mann! Lass mich doch mal hoch! Okay, umschalten. Verdammt, ich habe es nie mehr geschafft. Also mit dem umzugehen ist nicht einfach. Boah! So ein Geschwindigkeit-Boost hat er ja leider nicht. Nein! Ich frage mich, ob die Schaden machen überhaupt. Ich glaube schon. Jetzt habe ich wieder nicht geschafft, hochzukommen. Weil irgendwie muss ja die Waffe auch Schaden machen. Anders geht das ja irgendwie nicht. Verdammt. Alter! Okay, komm, 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 ich möchte meine Superpower einsetzen. Ja, durchaus. Verdammt, zu spät, nein, verdammt, oh, das war wohl falsch eingesetzt. Verdammt, nein, wir haben verloren, ah, was so ist. Okay, das war beeindruckend, war erst gar nicht hier, hm, naja. Na komm, aber es war schon ein gutes Match, jetzt war nicht mein bestes, aber ein gutes Match. Ja, ich würde sagen, das war's heute, ich hoffe euch hat's gefallen, dann sehen wir uns irgendwann wie später wieder. Tschüss.